Und weiter geht's mit... Ich würd sich... ...vom Kiezenspiel leiden. Crash Bandicoot 3. Und wir haben elf Leben noch. Alter, okay. Dei... Dinomite. Und das hört sich an wie Deinen... Dinamite. Na, haben wir alten Beutelraten das nicht weit gebracht? Ich bin Dr. Nefarius Trophy, Herrscher der Zeit und Erfinder eben jener Zeitmaschine, die ihr hier vor euch seht. Oka und Dr. Cortex schicken mich, um diese Scharade zu beenden. Mit den Kristallen kommt ihr hier nicht raus. Nur über meine Leiche. Ja, und das ist dieser Typ, der diese Zeitspferden gemacht hat. Hey, guck mal, das ist unser... Kollege. Unser... Artgenossen. Mein GehВот... Ihr meint hier nicht眉... 112 ZTV, wie soll ich die 112 sammeln? Heiß, heiß, heiß Oh, wir kriegen Dino, wie süß Kann ich den als Haustier haben? Das ist ja herrlich, ey Die sterben Ich mag diesen Dino, ich will gerne diesen Dino haben Heute ein Angebot, Haustier umsonst, einen kleinen Früchtling Dino aus der Zeitzone Ich will jetzt nicht mitkommen Namast gut, Dino Oh, der süß Ich nenn ihn Äh, wie nennen ich den Äh, Rusty Genau, Rusty Ich nenn ihn Rusty Äh, nein Nein, Quatsch Der Dino heißt Cam Der Dino heißt Littlefoot Ah, ne Oh, das war jetzt süße Kann ich den Dino behalten? Warum konnte ich den Dino jetzt nicht behalten? Oh, das war jetzt ein Potsie Na, da, 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 da Da, 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 da Da, 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 da Das war jetzt nicht Ich nehme mich noch mit. Okay. Oh, ich wollte eigentlich einen neuen Haustier haben. Shit, ich fahre ihn drunter. Lauf, da soll kalt, Junge! Wow, 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 wow! Junge! Ah, heiß, heiß, heiß! Der nimmt sowieso alles mit. Boah, ich mag diesen Zerra Topster hinter mir nicht. Der macht so eine Aggressions- Wow, wow, wow! Oh, ich fahre geplättet! LOL! Schau mal auf. Ja! Ich muss das hier nur Pferde machen. Oh, ich will sie sehen. Wow, 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 wow! Wow, wow, wow! Boah, ich wollte gerne den. Ich wollte gerne den Dino haben. Alles egal. Ich mache jetzt hier Vollzeitfeierabend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute! Das ist ein... Es ist... ... ...